Genau, ein Poet im Hutsein, ein Poet mit einer Silbe und vier Buchstaben. Das sieht gut aus, ich habe eine Pause gefragt von dem, what the fuck, ist Backnang? Backnang ist ein kleiner Ort, durch den man durch muss, wenn man nach Stuttgart will, also kurz vor Stuttgart. Das ist Backnang, jetzt wissen wir das auch. Und hier ist für euch aus Backnang bei Stuttgart der Hans-Applaus! Dankeschön. Herr, stell mir ab und zu mal vor, wie es mal so sein wird, wenn ich Kinder habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dann abends bei Ihnen auf dem Bett sitzen werde und Ihnen eine gute Nachtgeschichte erzähle. Wie zum Beispiel diese. Kinder, hört mal zu. Wieso mussten mich meine Freunde in diesem Club mitschleppen? Ich habe eigentlich gar keine Lust auf Party, bin aber trotzdem mitgekommen. Mitgekommen, bin ich bezahlen und gehe rein. Und dann sehe ich das Schild. Heute Single-Party. Ach du Scheiße. Ich hatte mir echt geschworen, niemals auf so eine Veranstaltung zu gehen, doch jetzt habe ich schon den Eintritt bezahlt. Und um wieder zu gehen, bin ich zu sehr schwabel. Ich bekomme beim Eingang einen herzförmigen Aufkleber, auf den ich Hans schreibe. Das schreckt an. Zufrieden, wie ich zur Bauern gestellend bin. Da kommt mir eine Idee, wie ich den Abloch noch lustig gestalten könnte. Ich nehme mir vor, von jedem hier anwesend einen Entleinenkorb zu bekommen. Als mir die Blonte hinter der Theke das Bier reicht, sage ich, Du musst hier nicht arbeiten. Ich bin Modelscout und bringe dich ganz kurz raus. Zielstrebig verständnisvoll aus dem Kopf. Nummer eins, geschafft. Zielstrebig steuere ich eine junge Frau an, die in einer Ecke telefoniert. Ich nehme mir das Handy aus der Hand, lege auf und sage, Unterhalte dich lieber mit mir. Das ist erstens interessanter und zweitens habe ich einen besseren. Fraktionserbund. Damit lege ich ihr meine Hand auf den Kopf und mache Bzzz. Ziemlich. Weck ist es ziel. Eine vielleicht 15-jährige, sehr aufgetagete Rothaarige, die für die Toilette wartet. Sie heißt Siedlisi Herzchensmileysch. Ich stelle mich neben sie, tu so, als würde ich irgendetwas in ihrem Gesicht sehen, was da nicht hingehört. Dazu schaue ich ein bisschen angewidert und frage dann, Na, Kleine, war diese Woche wieder Schminke in der Wendy? Darf ich dir mit dem Finger von einer Wendy in die mir mein Dicke retzen? In diesem Moment kommt ihre Freundin von der Toilette. Soweit wie sie hat sie uns mal lege durch die noch geöffnete Tür. War auch bitter, neutigt ihr das Pipi ja schon in den Augen. Die Freundin heißt Kitty. Ich sage, wie wahrscheinlich jeder andere von der Diode an diesem Abend auch, Hallo Kitty. Ich finde das Abhängige nicht so wirklich originell. Was mich warf noch, du magst Katzen? Sagt sie und bekommt leuchtende Augen. Ich sage, Sie schreckt sofort auf und dreht bloß direkt gegen die Tür. Nachdem sie zu hoch gegangen ist, beuge ich mich zu ihr runter und flüstere, Na ja, hast du noch sechs Leben? Dann gehe ich nach draußen und frage das einzige Mädel dort nach einer Kippe und ich geb hinterher, ob sie vielleicht noch eine zweite von meinem Freund hätte, der gleich rauskommt. Sie gebe mir zwei Zigaretten, ich stecke sie in meine noch halbvolle Schachtel und gehe wieder rein. Aber dann sehe ich sie. Sie würde zwar keine Misswahl gewinnen, ich gehe aber trotzdem zu ihr, schaue ich tief in die Augen und sage, Hallo Schönheit. Kann mir aber ein kleines Lachen nicht verknallen. Bist du zufällig Kartografin? Ich habe mich nämlich gerade in deinen Augen verloren. Sie lächelt mich an und sagt, Das wäre das höchste, was jemals an uns hier gesagt habe. Oh so. Ich würde trotzdem mein Ziel des Abends verfolgen und sage, Gehen wir zu dir und haben ein bisschen Spaß bei mir in der Wohnung. Ist in irgendeiner Zielverplage, von der ich mich unten ausschlaggekommen bin. Okay, shit. Ich sage, ich muss noch kurz auf die Toilette, spritze mir dort absichtlich etwas Wasser auf die Hose, komme wieder raus und mache sie auf einem Missgestick aufmerksam, mit dem hier was von Inkontinence und zeitweise auftretende Impotenz. Sie lächelt mich an, sagt was von Mutterkomplex und niedlich und sagt mich zum Ausgang. Auch in der Tatsache, dass ich eine Freundin habe, herzum nichts rauszusetzen, weil ich sechst am Ende einem Taxi auf dem Weg zu ihr. Mit der Kraft der Verzweiflung schaue ich sie an, zum ersten Mal im Licht, und breche ins Taxi. Auch das scheint sie nicht zu stören, im Gegensatz zum Taxifahren. Ich gebe ihm zwei Zigaretten, wir stecken raus. Jetzt ist das Unvermeidlich, ihn nicht mehr abzuwenden und ich überlege mir auf der Treppe zu ihrer Wohnung, was ich wohl sagen würde, wenn meine Freundin zufällig ins Zimmer platzen würde, während ich hier fremdgehe. Mir fallen spontan vier Alternativen ein. Erstens, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Zweitens, ich tue ihr was Gutes, ich saß draußen in der Kälte und kaufte was Warmes im Magen. Drittens, ich habe extra Essig genommen, damit du dich besser fühlst. Zweitens, ich liebe dich. Jetzt stehen wir also bitte im Wohnzimmer und sie haupt mir ins Ohr. Na, du Erroberer. Jetzt zeigt der Kathografin doch mal, wie ich die Feldherren einmaschine. In diesem Moment wusste ich, wie Kolumbus sich gefühlt haben musste, als er herauskommt, dass er irgendwo angekommen ist, wo er gar nicht hinwollt. Ja, Kinder, man kann es sich nicht immer aufsuchen in deinem Leben und genau das ist die Geschichte, wie ich eure Mutter kennenlerne. Applaus